Die besten Skills in Rise of the Ronin, meine persönlichen Favoriten, ich verrate sie euch heute. Bleibt dafür gerne dran. Moin, mein Name ist Fupp, ich bin auf dem Channel Stefans Kummoderator hier. Ich helfe ihm bei der Videoproduktion Rise of the Ronin wird von mir behandelt und deswegen gibt es heute ein Übersichtsvideo, nenne ich es mal, zu den Skillpunkten. Eine kurze Erklärung, weil eine kleine Besonderheit ist da bei den Skills vorhanden und meine Empfehlung, was ich als erstes geskillt habe und was ich euch zum Beispiel auch raten würde. Vorab eine kurze Erklärung und zwar zu den Attributen. Diese können wir mit den Skillpunkten nämlich auch steigern und je nachdem, was einem da wichtig ist, sollte man das im Hinterkopf behalten. Skillpunkten stärker erhöht den Primärangriff und die Verteidigung, Geschicklichkeit den Sekundärangriff und Wanken, Charm verbessert das Gleichgewicht, die Key-Regeneration und Glück und Intelligenz verbessert den Leidensangriff sowie die Verteidigung. Skillpunkte kriegen wir überall im Spiel, sei es durch Mobsgrinden und dann bei dem Speicherpunkt einmal Rasten, dann wird das umgewandelt, unser Karma, teilweise in Skillpunkte. Oder auch bei Bindungen zu anderen Charakteren schalten wir Punkte frei über Bücher. Es gibt sehr viele Quellen, darum soll es heute aber nicht gehen, sondern vielmehr, welche gut sind und welche man links liegen lassen kann. Eine kurze weitere Erklärung, dafür schiebe ich auch einmal kurz meine Kamera rüber. Ihr seht unten links unter der Raute, wo die Attribute stehen, da steht Attributsteigerung nach einer Verbesserung. Das bedeutet, sobald ich eine Fähigkeit hier im Stärke-Tree jetzt skill, bekomme ich einen Stärkepunkt. Nehmen wir mal was schön günstiges, Rasten hiermit, plöpp, ich habe einen Punkt mehr bekommen und jetzt steht da Attributsteigerung nach zwei Verbesserung. Sprich, sobald ich noch zwei Punkte mir hier irgendwo im Tree kaufe, kriege ich nochmal einen Stärkepunkt. Das immer beachten und deswegen auch direkt vorher jetzt die Info, bevor ich auf die einzelnen guten Skills eingehe. Oben im Tree sind in den verschiedenen Kategorien oftmals günstige Punkte. Wer anfangs denkt, oh ja, irgendwelche besonderen Skills, weiß ich nicht, sind mir gar nicht so wichtig, weil ich vielleicht noch gar nicht weiß, wie ich spielen will oder ähnliches, der kann sich einfach ganz viele günstige Punkte kaufen und so seine Stats schnell verbessern. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, behaltet das im Hinterkopf, auch wenn ihr irgendwie noch einen Punkt zum Ausgeben habt und euch nicht sicher seid, was ihr holen sollt. Ihr könnt einfach das günstigste nehmen und dann, zack, vielleicht noch ein kleines Level-Up damit holen. Nun aber zu den Skills selber. Wir fangen im Stärke-Tree an und ich werde einfach die Skills highlighten, die ich nützlich finde. Meistens sind die ein bisschen weiter unten im Tree, sprich, ihr müsst da dann auch die Vorpunkte im Minimum einmal skillen. Das ist teilweise nervig, aber nicht selten sind das Fähigkeiten, die man dann eh haben will, weil die aufeinander aufbauen. Den ersten Punkt, direkt die erste Note, Pfeile, Kugeln zurückschlagen. Selbsterklärend ist nützlich, ist günstig, die Fähigkeit können wir auf jeden Fall gut mitnehmen. Wenn wir Feuerkugeln, also Schusswaffen zum Beispiel abwehren, wird unser Schwert auch in Flammen gesetzt, dann machen wir dann extra Schaden. Vier Punkte weiter runter, sprich, wir müssten, wenn wir diesen Punkt nehmen wollen, alles darüber einmal skillen, wäre der Cowereffekt Schaden. Wenn wir erfolgreich kontern, ist die Kauerleiste des Gegners mehr betroffen. Sie sind also leichter staggerbar für Crits und ähnliches, sehr, sehr nützlich. Critten können wir ja, wenn die Gegner kein Key mehr haben und da ist auch direkt die nächste Note, eine Spalte weiter, sehr gut. Schnelle kritische Treffer. Wenn zwei Gegner in der Nähe keine verfügbare Key mehr haben, können wir die hintereinander schnell erledigen, schnelles Attentat hintereinander machen. Das würde sonst ohne den Skill meistens zu lange dauern und einer der Gegner würde sein Kivir regenerieren. Eine extrem starke Note, auch super günstig, also auf jeden Fall mitnehmen. Noch eine Spalte weiter, ganz oben die automatische Gesundheitsregeneration. Auch selbsterklärend, das funktioniert nur außerhalb des Kampfes, sonst wäre es total broken. Man spart sich aber so definitiv das eine oder andere Heilkügelchen, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Drei Punkte weiter runter in diesem Tree können wir unsere maximale Gesundheit steigern. Auch selbsterklärend, mehr Leben, mehr Gut. Wer auch so gut im Spiel durchkommt oder vielleicht auf leicht spielt und die Gesundheit nicht zwingend notwendig hat, der kann das überspringen. Aber ich finde das hier sehr, sehr stark. Prozentuale Zugewinnung von X ist immer gut. In der nächsten Spalte, Zeile 2, Redekunst einschüchtern. Es gibt drei Redekünste in dem Spiel. Die finden wir in unterschiedlichen Stellen und alle drei würde ich persönlich euch empfehlen mitzunehmen. Diese schalten euch dann nämlich mehr Gesprächsoptionen frei, haben dann auch noch immer einen Zusatzeffekt. Aber für mich das Wichtigste, die Dialogoptionen. Da kann man dann die Story mehr so hindrehen, wie man das selber möchte und manchmal sogar das eine oder andere Goodie abstauben. Also investieren. Darunter haben wir die Tötungsklinge. Wenn wir lange Dreieck drücken, während wir einen Gegner kritisch treffen können, dann wird der automatisch besiegt. Ausgenommen von starken Gegnern. Und Gegner in der Nähe werden in Panik versetzt. Sprich, wir können die dann auch leichter mit kritischen Treffern fertig machen und die sind einfach schwächer dadurch. Sehr stark, sehr gut. Sollte die auf jeden Fall mitnehmen. Kleiner Tipp noch für die Leute, die gerne parieren und das auch gut können. In der letzten Spalte, in der letzten Zeile gibt es erhöhte Key-Regeneration, wenn du parierst. Jedenfalls, solange du einen effektiven Kampfstil gegen den Gegner benutzt, das sollte man aber eh immer machen. Deswegen ist das so meiner Meinung nach gegeben schon. Kann man investieren, wenn man das gerne macht. Wenn ihr eher ausweicht, könnt ihr das überspringen. Das bringt uns auch in die nächste Tabelle, in die Geschicklichkeitstabelle. Auch hier wieder eine kleine Einschränkung. Wer gerne Stealth spielt, der kann diesen ersten Punkt mitnehmen. Und zwar den untersten in der ersten Spalte, Stille. Da minimiert ihr einfach die Geräusche von eurer Bewegung. Ihr werdet ja nicht so schnell entdeckt. Sehr gut. Die Skills da drüber sind tatsächlich auch alle relativ gut. Ich werde jetzt nicht näher auf die eingehen, aber es ist auf jeden Fall keine verschwendete Ressource, hier überall einen Punkt reinzuballern. Also definitiv eine Überlegung wert. Eben hatten wir ja schon gesehen, dass wir Gegner schnell mit kritischen Treffen hintereinander besiegen können. Hier gibt es eine Option, dass wir das bei Attentaten ausüben können. Also wenn uns die Gegner noch nicht gesehen haben. Auch sehr stark, solltet ihr mitnehmen. Das Ganze heißt übrigens schnelle Attentate. Zwei Zeilen darunter. Dieser Kauereffekt schaden. Auch wieder was, wenn wir einen Attentat ausgefügt, äh, durchgeführt haben, dass Gegner dann anfälliger für Kauern sind. Ähnlich wie Panik. Also sehr gut. Und darunter, also diese Spalte, ihr seht schon, ist irrsinnig gut. Das Sprintattentat. Das ist besonders gut, wenn man eher auf leichten Schwierigkeitsgrad spielt oder sehr schnell unterwegs ist. Also wenn ihr wirklich von Gegnergruppe zu Gegnergruppe sprintet und vielleicht sogar das ein oder andere, äh, ja, Kämpfchen überspringt. Da könnt ihr nämlich dann einfach im Vollsprint auf den Gegner springen und da einen Attentat ausführen. Das könnt ihr sonst nicht und die würden euch sonst immer vorher entdecken. Das habe ich leider erst sehr, sehr spät in meinem Hauptspielstand freigeschaltet. Das hätte ich deutlich gerne früher gemacht, einfach weil ich gerne immer Vollgas gebe, Stealth spiele ich selber gar nicht so viel. Also unterschätzt diesen Punkt hier auf gar keinen Fall. Wer gerne den Greifhaken benutzt, kann nochmal gerne in die nächste Spalte gucken. Da sind ein paar Upgrades. Danach die ganzen Punkte würde ich euch nicht empfehlen. Das sind, ja, Verbesserungen für Bogen und Schuriken und sowas alles. Wenn man da nicht genau weiß, dass man das spielen möchte, dann sind die auf jeden Fall nicht worth it. A-K-A sind es nicht wert. Und das bringt uns auch direkt zur nächsten Tabelle, die Scham-Tabelle. Hier haben wir in der zweiten Spalte mit einer meiner Lieblingsspalten im Skill-System. Hier können wir sämtliche Noten verbessern, wo wir erhöhte Chance haben, Münzen zu finden, Gegenstände zu finden von Gegnern, aus Geldbeuteln, alles drum und dran. Erster Punkt, Münzgewinnung von Gegnern. Zweiter Punkt, zusätzliche Gegenstände. Generell beim Sammeln zusätzliche Gegenstände in Geldsäcken ist der Punkt darunter. Und darunter nochmal zusätzliche Gegenstände von Gegnern. Das alles prozentual 15, 18, 18, 18. Also richtig gut können wir einfach mehr looten. Wer gerne lootet, sollte hier auf jeden Fall alles mitnehmen. In Missionen, wo wir einen Begleiter dabei haben, können wir gerne diesen Punkt hier mitskillen. Kombinierter, kritischer Treffer. Immer wenn wir in Krit landen, haut unser Begleiter nochmal oben drauf. Der tritt nochmal ordentlich nach. Das ist wunderbar. Das ist einfach, ja, Damage for free. Mal for free nicht ganz, kostet euch einen Skillpunkt. Aber der ist es auf jeden Fall wert. Nimmt das auf jeden Fall mit. In der vorletzten Spalte Bindungsgewinnung und Belohnungsgewinnung. Name ist Programm. Wir kriegen bei dem unteren Punkt mehr Belohnung durch alles, was wir so eine offene Welt machen. Unter anderem im letzten Skillpunkt sogar mehr Silbermünzen, die ja relativ rar sind. Also lohnt sich auf jeden Fall. Bei den Bindungen können wir schneller Gebiete vervollständigen und besser Beziehung zu den NPCs gewinnen oder aufbauen. Und ich hatte es schon vorher erwähnt, in diesem Tree ist auch noch eine Redekunstoption und zwar Lügen. In der letzten Spalte der erste Punkt. Bitte mitnehmen, wenn ihr mehr Gesprächsoptionen haben wollt. Und das bringt uns zur letzten Kategorie Intelligenz. In der ersten Spalte ganz unten können wir erhöhte Effektiv für unsere Medizin skillen. Da wird man mehr geheilt, wenn man einen Verbrauchsgegenstand benutzt. Sehr, sehr stark finde ich. Leider muss man alles darüber skillen. Das ist nur semi-nützlich meiner Meinung nach. Aber ja, ganz unten ist es eben sehr stark. Und wir wollen auch gar nicht so viel andere Sachen skillen bei Intelligenz. Jedenfalls, ich habe das nicht gemacht. Ein Must-Have, auch hier meiner Meinung nach wieder Redekunst, Überzeugen, schaltet es frei. Vierte Spalte ganz oben. Und darunter verbessertes Handeln. Da brauchen wir dann, wenn wir zwei Punkte investiert haben, weniger Ressourcen und weniger Geld zum Craften. Beziehungsweise zum Aufbessern der Rüstung. Das kann nämlich sehr, sehr teuer werden. Und da ist das dann schon nützlich. Ja, gefühlt waren das jetzt super viele Punkte. Ich hoffe, ihr habt da ein paar nützliche für euch mit rausholen können. Ich persönlich fand das auch richtig cool, dass es unterschiedliche Bäume gab, wo man dann gezielt hinskillen kann. Und sich nicht jetzt zwingend entscheiden muss für genau eine Richtung und das andere gar nicht mitnehmen kann. Gefällt mir also sehr gut das Skillsystem hier. Morgen gibt es Teil 2 des Tipps- und Tricks-Videos. Da dann so minimal fortgeschrittene Sache. Auch noch ein, zwei Anfängersachen. Aber eher was, was man dann ein bisschen später schon sieht. Nach wie vor ohne große Spoiler-Story sowieso nicht. Und auch von Spielmechaniken nehme ich nicht zu viel vorweg. Also bleibt gerne mit dem Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, ciao Kakao, euer Fub.